Gott sei Dank, Frank. Wählen gehen, du schaffst das. Da hat der Bundespräsident seinen Amtssitz. Wer kommt 2022 als nächstes? Erster Repräsentant, erste Repräsentantin unseres Staates. Die Sitzverteilung, die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Davon hängt's wesentlich mit ab, wer kommt oder bleibt. Hier fahren sie vor, Deutschlands Staatskiste. Von wem sie empfangen werden, das bestimmst du. Du hast die Wahl. Deine Stimme. Arschhoch. 26. September 2021 Ist bald soweit. Arschhoch. Wählen gehen. Gott sei Dank, Frank. Fortsetzung folgt. Erläutat eingefallen werden. Die Götterin werden wieder größt. Leiel verder gestion Steelver niest. Erläutat ist von Kurzweil. Erläutat ist von Fall. Erläutat ist von ihm beden. Erläutat ist von垠 kap Kristus.